Hallihallo und herzlich Willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich Willkommen zu Sheltert und der Einstieg macht wie so häufig ein Funkspruch aus dem Ödland von Mark. Guck mal in der Polizeidienststelle vielleicht finden wir ja mal ein bisschen Munition. Dann noch mal eine ganz coole Sache. Trainieren, ja, trainieren, leisen, ja, es geht weiter hier, mal innen mitwirken, das ist doch Mark, sehe ich doch, ne, Dennis, ha, sieht aus wie Mark, im Gesicht sieht es aus wie Mark, muss ein verschollener Zwillingsbruder sein, Hallihallo, wenn du denkst, dass ich mich nützlich erweisen kann, dann bin ich gern dabei, was sagst du, Partner, Leute, also die drängen sich richtig auf, ähm, was, unser Schutzraum ist keinem allzu guten Zustand, ich bezweifle, dass wir noch jemanden versorgen können, stimmt beides nicht, Finn, du Lügner, das habe ich schon oft gehört, immer dasselbe, wir sehen uns, haut er dem die Lügen ins Gesicht, das gibt es doch nicht, Unglaublich, was ist denn mit, er wollte doch schlafen gerade, er ist fertig mit schlafen, äh, was ist mit ihr hier, mit Laura, aber konnten wir die denn nicht anklicken, komisch, äh, lasst uns das Putzen nicht vergessen, ja, dekonstruieren nicht, bitte, und weiter geht es hier, ach, auf jemand gestoßen, na klar, Polizeidienststelle, wahrscheinlich ein Ex-Polizist, vielleicht ein Zombie, wie in The Walking Dead, nein, es ist der Patrick, na gut, guckt es euch an, ein bisschen, Zombie-mäßig, weiß ich nicht, sieht doch schon aus, he, 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 du, falls du auf der Suche, falls du auf der Suche nach einem Handel bist, du hast nichts, was ich brauche, oh, das ist relativ, auch wenn er sagt, dass das so ist, bitte, aber wir sind trotzdem in der Polizeidienststelle und es gibt mal schön Gewehrmunitionen, die nehmen wir uns mit, auch wenn es nur eins ist, naja, wir gucken erstmal, was wir hier noch so reinhauen können, Nägel, Eimer, ne, das ist auch gut so, Motor, hier von, ah, Transistor, Transistor brauchen wir zum Verbessern, ich weiß, ich rede immer hier, verbessern, verbessern, und dann mache ich es gar nicht, Bewehrungsstab, die, die hauen wir raus jetzt, komm, weg damit, Schutzschalter brauchen wir nicht unbedingt, das können wir noch packen, das wollten wir unbedingt mitnehmen, Seil ist auch okay, so eine Brechstange, brauchen wir nicht, kein Mensch braucht eine Brechstange, jo, abgeschlossen, Stubenanstieg, es ist der Wahnsinn, was dieses Trainieren hier bringt, und sobald man nicht ständig das Funkgerät geht, werden wir uns mal ein bisschen Zeit nehmen, und, ein bisschen den Bunker, umgestalten, hier mal ein bisschen Ordnung ins Chaos bringen, eine Kirche, okay, der Keks, der Keks hat geschrieben, in den Kommentaren, hier mal den Bunker ein bisschen zu strukturieren, ja, wollte ich auch schon lange machen, stört mich auch so ein bisschen, man kann hier so ein bisschen Ordnung, können wir reinbringen, vielleicht machen wir doch nochmal, im Badezimmerbereich, und, gucken mal, wie wir das hier ein bisschen anders sortieren können, diese Putzeimer, die sind halt ein bisschen doof, die nehmen Platz weg, diese Putzeimer Bugs, aber ich bin natürlich immer gewillt, wenn so nette Kommentare kommen, auch sachliche, gut formulierte Kritik, Leute, das macht mir Spaß, das zu lesen, ohne Scheiß, weil das gibt mir das Gefühl, dass wir hier zusammen dieses Spiel spielen, und das ist ein Grund, warum ich das mache, dass wir hier gemeinsam ein bisschen zocken einfach, und durch die Kommentare und so, sind wir hier, dank YouTube bisschen miteinander verbunden, und du kannst teilhaben, auch an meinen Entscheidungen, ganz klar, so, dann gucken wir mal hier, bei dieser Kirche, in letzter Zeit nicht viele Leute getroffen, Kimberly, weiß ich nicht, sieht fast aus wie eine Schuluniform, die die anhat, naja, Kimberly, wenn du mit so einem Vorschlaghammer hier rumrennst, kann ich mir vorstellen, dass Leute vielleicht auch Reis ausnehmen, und sie möchte auch in unsere Dienste kommen, Kimberly, vielen Dank, man muss auch mal sagen, aktuell, steigt unser Wasserproblem, guckt mal hier, 36 nur noch da, ähm, geil, die müssen wir mitnehmen, Freunde, die kommen mit, ach Quatsch, ja, die, Bücher und Spielzeug zum Handeln, naja, lasst uns den Sand weghauen, so einen Bunkerraum, habe ich überlegt, hier unten links nochmal hinzubauen, vielleicht, äh, ist der da nicht verbackt, also zumindest probieren, können wir es ja mal, Nahrungsmittel, tja, aber so ist das doch schon ganz okay, dumm, dumm, wieder Stufenaufstieg, Roger ist jetzt nicht so, der Knaller, in den investieren wir mal nicht so viel, der ist glaube ich eher für, zu Hause bleiben, was, trainieren bitte, und wir gucken mal ganz kurz hier ans Notizbrett, und wie wir sehen, ist alles schick, die gute Dusche könnte mal so ein bisschen repariert werden, und vielleicht können wir hier oben nochmal gucken, das Ding auch reparieren, Kraftstoffverbrauch, Moment, 0,0, tatsächlich, cool, also auch da vielen Dank für den Kommentar, ich glaube der Ender Hunter war es gewesen, bin mir auch nicht sicher, dass ich doch den Generator immer schön in gut Schuss halten soll, damit sich die Solarmodule auch lohnen, also der Verbrauch schon runter geht, das scheint da wirklich einen Zusammenhang zu geben, coole Sache, hätte ich nicht gedacht, die Deborah, ja, wie, ein besseres Angebot kannst du mir nicht machen, der Finn hat schon, der hat die Taschen voll, so, komm gleich mal weiter hier, mach weiter, David, und es regnet, Freunde, es regnet, da können wir uns schon mal aussuchen, wen wir als nächstes losschicken, die Laura, Laura hat Charisma, Wahrnehmung, Geschicklichkeit, und, Stärke, also wie bräuchte noch irgendjemanden, der ein bisschen stärker ist, wie sieht es denn hier mit Richard aus, ich glaube der war, ne, ist auch nicht, also, jemand mit ein bisschen mehr Stärke, die Clara, Clara, nicht weglaufen, Clara hat zumindest 12, also, die ist zumindest ein bisschen, ein bisschen stärker, und Geschicklichkeit hat die noch, gucken wir mal, was zur Hölle willst du, na, wir würden, ne, dich rekrutieren wollen wir eigentlich nicht, wobei, die hat wenigstens ein bisschen Stärke, bei 13, da mangelt es bei unseren Leuten noch, wie, wie sieht es denn hier mit ihm aus, das ist David, komm mal her, David, lass dich mal anschauen, Junge, Geschicklichkeit, Stärke, ja, jetzt war Wahrnehmung nur 7 und Charisma, aber der könnte, mit der, der könnte vielleicht mit Laura los, also, auf jeden Fall wäre David eine Option, und, David und, ja, David können wir auf jeden Fall mal los schicken, Oh, Tankstelle, wieder ein Haufen Werkzeug, aber keine Wohnmobilteile, gut, David und, ah, David und Laura, David ist, da müssen wir auch bald wieder schlafen, ne, ach, Mensch, aber Roger nicht, nee, David und Laura, oder, was, was ist denn hier mit ihm, Richard, Richard ist doch auch okay, na klar, Richard wollten wir los schicken, ach, Leute, also, Richard und Laura, und das machen wir jetzt ganz schnell, Expedition aus, Ostern, Richard, und, Laura, und, dann, gucken wir mal, der geht zurück, der Finn geht zurück, ja gut, ist hier so ein bisschen lang gelaufen, hat so ein paar Häuschen noch entdeckt, aber, richtig was gefunden haben wir da nicht, 18 Tage, 3 Tage, 26 Tage, alter Verwalter, aber hier waren wir doch schon, da waren wir auch schon länger nicht mehr, hier auch nicht, und was ist hier im Gefahrengebiet, auch da müssen wir hingehen, nach Portford, da waren wir aber schon, kürzlich gewesen, ja, dann, gucken wir mal hier lang, guck mal hier, zack, 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 und dann vielleicht nochmal hier rüber, ein bisschen, kleiner Schrottplatz, kleiner Schrottplatz, das ist auch immer, gar nicht so verkehrt, Holzplatz, ah, da habe ich auch nochmal Bock, zack, biegen wir da auch nochmal ab, wenn wir schon in der Nähe sind, zack, ja, dann gucken wir mal, wir müssen eigentlich zwei Ferngläser haben, zur Ausrüstung, um ausrüsten, jawohl, also erstmal, natürlich ein Rucksack, und die Maske, und ein Fernglas, jetzt ist natürlich die Frage, was haben wir hier an Munition, wir haben nur die Schrotflinte, und das ist wohl, was ich auch, dank eines Kommentars, weiß, ähm, die schlechteste von den Schusswaffen, also Gewehr, das haben wir auch schon gemerkt, ist ganz gut, ähm, Pistole geht auch noch so, und Schrotflinte, naja, aber, eins, wo wir hier noch Munition, mitnehmen können, auch mal die Marathe, rein, und rüsten die natürlich auch aus, so, bestätigen, und, Schrotflinte, ist ja nur für Notfall, Leute, ist ja nur, für den Notfall, cool, und wir nehmen natürlich wieder ein bisschen was zum Handeln mit, und entscheiden uns an dieser Stelle, diesmal für, Brennstoff, Überraschung, ja, ist mir ganz wichtig, auch nach über 40 Folgen, dich noch immer zu überraschen, mit dem, was ich hier tue, zum Handeln mitnehme, im Ödland, ein mittelgroßes Haus, sollen wir uns dort umsehen, auf jeden Fall, so Roger, mein Freund, ich glaube, du könntest ein bisschen Intelligenz vertragen, trainieren, trainieren, also, wir kriegen wirklich nur zeitgleich an dem Boxsack, zwei, äh, also, pro Boxsack eine Person, das ist einfach so, mehr geht nicht, wobei, was in irgendeiner Folge hat man es mal geschafft, da hatten wir zwei Leute, die da gleichzeitig dran trainiert haben, geht nicht mehr, schade, macht aber nichts, wir haben ja zwei Boxsäcke, und zur Not bauen wir halt noch einen dritten, Hallo, wer ist da? Das hier ist nicht der beste Ort, aber wenn du handeln willst, können wir es schnell hinter uns bringen, ich bin kein besonders guter Händler, was ist das hier deiner Meinung nach wert? Klingt gut, wenn der uns hier sagt, er ist kein guter Händler, dann nehmen wir uns doch mal schön ein paar Sachen mit, ähm, na, naja, das kann, ist wieder hier so ein, das ist wieder so ein Schmuhhandel, guckt euch das an, jawohl, die Feder hauen wir sogar auch noch mit rein, ja, klar, jetzt kann man sagen, hier, er hat ja gesagt, er ist kein guter Händler und so, aber mal ganz ehrlich, also mit einem Intelligenzquotienten über 50, wenn ich eine Sache gebe, und gebe vier Sachen dafür, und davon ist die eine, die ich bekomme, auch noch dabei, dass das dann schlechter Handel ist, das sollte man also, find ich, ja, jetzt sind es sogar fünf Sachen, das könnte einen irgendwie stutzig machen, jo, wir handeln, wenigstens bin ich durch diesen Gesichtsverlust jetzt nicht mehr so leicht zu fangen, nach diesem Deal fühle ich mich bestimmt sehr erleichtert, der Harald, The Herald, Okay, jetzt haben wir noch Sachen gefunden, hier im Haus, zack, zack, jo, Spielzeug hauen wir voll, guckt mal hier, haben wir auch noch voll, Nahrungsmittel, hm, aktuell nicht nötig, gut, es hat geregnet, aber wir sind trotzdem nur bei 50 von 180, weil wir natürlich gleich investiert haben, das Wasser investiert, wie in der Wirtschaft, immer gleich investieren, in Expeditionen, ja, ganz, ganz wichtig, eine Schule, sollen wir uns dort umsehen, bitte, also wir sind wieder nicht zum Umstrukturieren des Bunkers gekommen, das müssen wir echt mal machen, wenn wir nur vielleicht eine Gruppe auf Expeditionen haben, weil sonst geht ständig das Funkgerät, und wenn man nicht rangeht, dann kann man so einen Funkspruch auch mal verpassen, und das ist doof, weil dann, können wir hier die Sachen nicht durchsuchen, die böse Kommentare, das möchte ich ja nicht, oh, kann man vermeiden, oh, Gary, Gary, du verfolgst uns, das ist furchtbar, wir müssen sie ja finden auch noch, äh, aber es ist der Knaller, wir haben einen Verbrauch von 0,0, er hat bekloppt, bei dieser Schule jemanden gefunden, ich sag doch, Schulen und Kirchen, Schulen und Kirchen, da Charles auch noch, ist der aggressiv, aber nicht unbedingt, gucken wir mal, nicht um jeden Preis will er handeln, eie, das merken wir hier, eie, eie, wer will natürlich, das Valium teuer verkaufen, das ist ein guter Händler, ja, der will doppelt so viel haben, wie er bekommt, jo, ähm, ich fände ja das Ventil noch mal ganz cool, und wir könnten dafür, ei, 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 wenn wir ihm einfach das komplett geben, und das Valium komplett mitnehmen, einfach für den nächsten, für den nächsten Super-GAU, bisschen Valium sammeln, bin ja erstaunt, also unsere Charaktere haben ja schon so, die ein oder andere Tablette geschluckt, dass die noch nicht abhängig sind, ja, Valium, hat durchaus ein gewisses Abhängigkeitspotenzial, wir haben bei dieser Schule etwas gefunden, ist das für dich von Interesse, das schauen wir mal, nicht so wirklich, aber trotzdem, danke fürs Bescheid sagen, äh, wer will denn das, beim Fertigen, Magnesium, Linsen, ne, passt schon, gut, ach, wollten wir nochmal hier gucken, ne, keine neuen Autoteile, es fehlt immer noch an Reifen, und der Lichtmaschine, zwei Reifen und eine Lichtmaschine, ähm, das wäre cool, Reifen und Lichtmaschine, müssen wir uns merken, gehen ja nochmal zum Kleinhaus, noch ein Überleben, da erzählen wir bloß nichts von einer schönen, neuen Welt, nein, machen wir nicht, obwohl wir uns eine ganz nette, kleine Welt erschaffen haben, äh, nein, vielen Dank, Kollege Thomas, Tschüssi Kowski, mach es gut, als Herzlos würde ich uns jetzt nicht, zeichnen wollen, aber, als pragmatisch, und wir haben ja schon dem ein oder anderen hier ein Zuhause gegeben, also, so ist es ja nun nicht, guck mal hier, pass mal auf nochmal, ganz schnell, hier, hauen wir nochmal, ähm, hauen wir nochmal, weil wir es können, weil wir es können, aber wir können nicht mal hier runterscrollen, aber wir machen es trotzdem mal, vielleicht gibt es irgendwann ein Update, und dann funktioniert es, dann gibt es auch eine vierte Etage, weil im kleinen Haus jemanden gefunden, Objekte untersuchen, hauen wir alles rein, ist ja wohl ganz klar, und, und, der Finn findet auch noch jemanden, wir sprechen die an, einfach weil wir es können, hier bei der Gebirgskette, äh, was ist das eigentlich für eine Farbe, ist auf jeden Fall so lila drin, ne, viel lila Abstufungen, hey du da drüben, die Dorotie, ah ja, da stehen die Haare zu Berge, Vorräte vergleichen, na klar, vielleicht würde ich sie mir mal anschauen, und dann macht sie es nicht, Lass uns nochmal zum Blumenhändler gehen, vielleicht finden wir die dringend benötigten Samen, wir brauchen keine Samen, war ein Spaß, wer braucht denn schon Samen, nur noch Kämpfer und Tote übrig, ja, ähm, aber Kenneth, Kollege, mit Pistole, ja, Kämpfer und Tote, ja, wir wollen keine Toten sein, Och hier, guck mal, das ist doch nice, ja, es sind Samen da, yay, okay, Freunde, hat mir wie immer viel Spaß gemacht, hab ein schönes Wochenende, wir sehen uns aber auch am Wochenende, selbstverständlich, heute hier mit der Freitagsausgabe, wie das Wochenende einläutet, ah, Wochenende ist was Feines, wenn man frei hat, wenn man ein bisschen Zeit hat, ein bisschen was zu machen, und auch mal das ein oder andere Let's Play zu schauen, es ist super, hey du, warte mal, jo, was glaubst du eigentlich, mit wem du das hier zu tun hast, oh, ey, ey, ich müsste mal mal, aber wenn ich schon kämpfen will, dann ist die bestimmt gut drauf, kämpferisch, Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste, okay, vielen Dank fürs Zuschauen, einen schönen Restfreitag, und komm gut rein ins Wochenende, bis zum nächsten Mal, ciao, tschüss, dein Lumi.